Hallo, mit diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einzelne Google Suchanfragen bzw. auch eure kompletten Google Suchanfragen löschen könnt und wie ihr auch für die Zukunft die Speicherung der Suchanfragen von Google deaktivieren könnt bzw. wie ihr diese auch wieder aktivieren könnt. Hierfür geht ihr in euren Internetbrowser und gebt dann folgendes ein. Ich werde den Link dann auch noch einmal in der Beschreibung zum Video mit angeben, dann drückt ihr Enter und ihr müsst euch jetzt mit eurem Google Konto anmelden, wenn ihr das nicht schon getan habt. Gebt also hier dann euer Passwort ein und hier seht ihr jetzt die Suchanfragen, die ihr heute bzw. in der Vergangenheit eingegeben habt. und ich habe jetzt heute zum Beispiel eine Suchanfrage zur WM eingegeben und ihr könnt das auch schön gliedern. Also Suchanfragen werden sortiert nach Web, nach Bildern, Shopping habt ihr hier zum Beispiel, Videos. Also das lässt sich alles einzeln aufrufen und dann könntet ihr hier einen Haken machen und den Eintrag entfernen. Das einfachste ist allerdings, ihr geht auf gesamtes Protokoll, hier habt ihr alle Suchanfragen und könnt ihr dann hier den Haken machen und wenn jetzt mehr Suchanfragen hier wären, würden die komplett markiert werden und diese Einträge könntet ihr dann entfernen. und wenn ihr wollt, dass zukünftig die Suchanfragen überhaupt nicht mehr gespeichert werden, dann geht ihr hier auf Einstellungen und könnt dann hier den Suchverlauf deaktivieren und jetzt werden keine Suchen mehr gespeichert, die ihr über Google eingegeben habt und mit Aktivieren aktiviert ihr wiederum die Speicherung der Suchanfragen und ihr könnt über diese Funktion Google Suchaktivitäten vollständig löschen, könnt ihr komplett alle Suchen löschen, auch die, die weit in der Vergangenheit erfolgt sind und die Google gespeichert hat, könnt ihr hier vollständig löschen und jetzt gehen wir hier auf alle löschen und dann ist der komplette Google Suchverlauf gelöscht.